Nehm! Die 3 4 1 2 4 5 Nein! Oh ja, okay! Oh, da bist du ja! Ja, du bist grad mit in der Aufnahme. So, jetzt bin ich irgendwie auch in der Aufnahme, oder? Ich bin grad hier in der Jump-Map. Ja. Ja, shit happens, ne? Eltern, die feiern. Ne, ich hab's doch schon mal. Und da konnte ich einfach nicht. Und durch den Scheiß oben bin ich schon wieder verkackst. Ist jetzt hier oben so total warm, also. Ah, das ist so, Alter. Mein Wecker sagt, hier oben sind 29 Grad drin. Probier mich nochmal an der gelben. Und das total. Jump-Map. Ja, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Du gehst an Spawn und dann... Wie worb ich da hin? Ist da... links? Also, ist der Spawn? Wieso? Komm mir das grad nur so vor, da ist da Dena drauf. Kann auch sein, dass das wieder so ein Faker ist. Das war doch Dena. Aber jetzt mal nicht. Oh, Alter. So, YouTube. Du hättest jetzt mal das Maul. Leck. Kann man ein Display sehen und... Dann gehst du da hinten, wo die Dingsräume sind hin. Jetzt bin ich am Spawn. Ja. Da hinten ist dann irgendwo eins. Und da steht Jump-Map. Okay. Farm-Wild. Warp-Hilfe. Okay. Mal gucken, ob ich ihn seh. Schropp. Nether. Mhm. Ich seh dich. Jump-Arena. Mikro umgeworfen. Woah, woah. Jetzt... Äh, ungewollt. Jetzt ist die Musik ein bisschen leise. Ja, ich bin gegen meine Konstruktion hergekommen. Steht alles auf dem Schild. Okay, okay, okay. Ich bin hier. Ähm, was muss ich machen? Achtung, ihr verliert eure Items. Klick hier. Attention. You will die. Reward enter. Click. Das steht um zu spielen. Wie er umgefallen ist. Oder ist er? Hallo. Block in der Jump-Arena ist verboten. Wer hier Hex-Bugs benutzt, wird gebannt. Meldet so etwas. Ach, du. Training. Hm, ich bin für Training. Okay. Äh, wo fängt's an? Ist jetzt die Frage, da oder hier? Ich würde sagen, hier, oder? Oh, ich hab grad ein bisschen gefehlt. Der Sprung ist möglich, ja. Hä? Ah, scheiße, 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 scheiße. Ich hab die Jumps kaum. Ich hab die Jumps kaum. Die sind richtig weit. Dann musst du ganz schnell. Alter. Diese ganz weiten Jumps. Ich konnte die mal. Ja. Du musst... Du musst... Nah vorne. Du musst drüber. Hab's. Dieser Gewinn funktioniert nur einmal. Reward. Echt jetzt? Ich hab einen Golden Apple. Jetzt fress ich ihn. Ach, gefressen. Hä? Hey, sag mal... Off-Scream hab ich's geschafft. Okay. Off-Scream. Gelb. Okay. Da hinten ist das gelbe vielleicht. Also hier. Gelb muss ich jetzt machen, ja. Na man fängt mit leicht an Leicht, sehr schwer Schwer, bisschen schwer Einfach schwer Also Total gelb Ich nehme einfach mal total gelb Kannst ja aussuchen welche Seite Die sind nur spiegelverkehrt Ich folge gelb Ja auf den Dinger Jetzt hier entlang jumpen Weil ich daran jetzt die Schwierigkeit Nicht erkennen kann Oder ich fahre einfach mal runter Ja Nein Weil ich nicht gesprungen bin Like a bitch Nein, 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 nein Fallschaden hat mich gekillt Yeah, I think you too Fallschaden, I love you Das ist das Problem Boah, ja komm Ich spring daneben noch 10 mal I love it Yay Kann man die Fallschaden abwarten Hä? Okay Jetzt hat's kurz gebackt Hä? Nein, 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 nein Okay, ich stehe eindeutig zur Zeit zu weit hinten Das ist mal eine Abwechslung Im Gegensatz zu den anderen Dingen Was wir immer machen Alter Doch, gerade eben bin ich ja Bis hinterher in die Ecke gekommen Aber irgendwie spinnt dann kurzzeitig Immer die Leertaste Ist das erste nicht drauf, oder was? Ja, du musst warten Bis der Fallschaden Abgezogen wurde Du bist gut Shit, Gelübbe Ist das dein Ernst? Ich stand genau Ich stand genau passend Guck mal, da ist Mongo Da sehe ich schon gar nicht mehr die Blöcke Ich sehe es Alter, ich habe gerade voll den Rush-Boot an Ich muss noch was dazu sagen Das geht mit Optifine Und das ist die Steuerungstaste Ich bin gerade übelst nach oben gerusht Soul-Send ist fies Da kannst du nicht so schnell rennen Oh, scheiße Soul-Send Ich muss ja dazu geben Ich mach sowas nicht oft Ach Denkste ich Was, geht nicht weiter Oi, 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 oi Hey Ich habe es ge... Hey, ich habe es geschafft Und die wollen mich hier töten Okay Okay, ich lasse es einfach über mich ergehen Ich habe es auf jeden Fall geschafft So Fallschaden Abgewartet Oh Warte mal, ein Stück weiter vorne Ich bin jetzt nett Ich mach mit dir nochmal die ganze Runde mit Concentration Boah Boah Oh, zu früh Viel zu... Hä? Hä? Was ist denn das jetzt?